Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember 2021 und das Video wird präsentiert von Natalia. Meine Tochter, hallo, hallo und ich sind momentan in einem riesengroßen Einkaufszentrum und wir wollen Weihnachtsgeschenke kaufen. Los, los! Wow, es gibt tausende Geschenke denen. Geschirr, Weihnachtsdekot, Christbaumschmuck, Schokolade. Wir sind auf der Suche nach einem idealen Weihnachtsgeschenk. Hm, ja, und diesen Zocken möchte ich für meine Tochter kaufen. Mom! Oh, sorry, ich habe vergessen, dass du mich aufnimmst. Sorry, 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 dann kann ich dir etwas anderes, okay? Okay. Es war nur Spaß. In der Tat habe ich etwas in petto. Ich habe mir schon Gedanken gemacht und etwas vorbereitet. Ich habe ihr ihr Lieblingsparfum gekauft. Wow, es ist ein zu allen Anlässen mega passendes Geschenk. Ich habe es gefunden. Das sind Gutscheine. Auf einer Gutscheinkarte wird ein bestimmter Wert für ein Produkt oder eine Dienstleistung geladen. Also, sie hat eine Bezahlfunktion. Gutscheine sind grundsätzlich drei Jahre gültig. Daher gibt es Gutscheine im Wert von 10 bis gegen 50 Euro. In diesem Kaufhaus haben wir problemlos alle Geschenke besorgt. Fröhliche Weihnachten. Und in dieser Playlist findest du alle unsere Adventskalender-Videos. Morgen sind wir zurück mit einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal.